Hallo zusammen! So, wir haben drei Minuten noch Zeit, dann starten wir mit einer halben Stunde CX. Auch Training? Eine halbe Stunde, eigentlich kann ich im Ganzkörpertraining. C steht für Chor und X steht für Schlingentraining. Ja, du brauchst eine Matte oder etwas Platz auf dem Boden und wenn du magst. Also es geht völlig ohne Equipment, das ist wirklich anstrengend, auch ohne Equipment. Wenn du nichts hast, macht überhaupt nichts. Wenn du etwas hast, ist es auch gut, wenn du mehr Intensität willst. Eine Scheibe, mittleres oder leichtes Gewicht oder einen Handel. Wenn du hast zwei unterschiedliche Gewichte, ich sage dann einmal, dann könntest du ein bisschen schwereres Gewicht nehmen. Aber wie gesagt, es ist auch völlig normal und anstrengend, wenn du gar keine Gewichte hast. Das Wichtige ist, dass du Spannung hast. Spann deinen Körper an. Dann ist es auch mit deinem eigenen Körpergewicht anstrengend. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben noch zwei Minuten. Ach so, ganz toll finde ich auch solche Waschmittelflaschen. Also die haben auch oft solche Griffe. Wenn ihr die habt, können wir das nehmen. Und das Gewicht reicht eigentlich auch völlig aus. Ja. Also trink ein bisschen zwischendurch. Gut. Dann trainieren wir eine halbe Stunde. Ich bin die Sabine. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr macht auch alle wirklich mit. Also nicht nur zuschauen, mitmachen. Nutzt die Zeit eine halbe Stunde. Gut. Wenn das soweit ist, leg dich auf den Boden. Leg dich auf deinen Rücken. Öffne deine Arme weit. Wir legen los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Trink dein Knie über die Hüften. Auf zwei, zwei. Hoch, hoch, tief. Tief, tief. Fang dein Bauch an. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Einmal noch. Finger zu den Schlägen. Right side, side. Hoch. Streck die Arme tief. Hoch. Tief. Zieh dein Kinn ein. Wechseln. 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 Quick and slow. Schnell nach oben. Langsam tief. Schnell. Triple poses. Drei, zwei, zwei, eins. Tief. Drei, zwei, eins. Tief. Die Rippen zu den Hüften, wenn du crunchst. Letztes Mal. Wechseln. Cross scroll. Crunch zur Seite. Zur Mitte. Andere Seite. Mitte. Deine Schulter zum gegenübernehmenden Knie. Du kannst ja bleiben. Oder etwas schneller. Seite, Mitte. Seite, Mitte. Wenn du mehr willst, streck die Beine aus. Seite, Mitte. Seite, Mitte. Und jetzt schneller. Seite, Seite. Spür, wie du deine Bauchmuskeln aufwärmst. Letztes Mal. Höft mir gestellten Physiaten. Öffne die Arme. Schieb die Höfte nach oben. Spann den Po an. Tief und hoch. Tief, hoch. Jedes Mal, wenn du die Hüfte nach oben schiebst. Po an. Spann lösen. Noch sechs. Fünf. Tief. Vielleicht kommst du noch höher mit der Hüfte. Noch zwei. Letztes Mal. Langsam sinken. Sea Crunch. Quick and slow. Schwimmelpulse. Drei, zwei, drei, zwei, eins. Tief. Drei, zwei, eins. Tief. Die zehn Tappen leichter auf den Boden. Dein unterer Rücken bleibt fest im Boden gepresst. Tief. Drei, zwei, drei, eins. Einmal noch. Und halten. Roll dich langsam auf. Das war's, Roma. Wir kommen zum zweiten Drag in den Hover. Leg dich auf deinen Bauch. Ellenbogen. Unter die Schulter. Fäuste zusammen. Heb deine Hüfte. Dein Blick geht nach unten auf deine Fäuste. Bauch ist angespannt. Bauchnabe nach innen. Stell die Zehen auf. Heb die Knie. Verlagere dein Gewicht nach vorne und nach hinten. Vor, zurück. Deine Hüfte und Schulter bleiben gerade zum Boden. Vor, zurück. Vor, zurück. Zweimal noch hier. Letztes Mal. Halten, halten. So, der Bauch fängt schon ein Brenn an. Du kannst hier bleiben. Oder wenn du magst, leg die Knie auf den Boden. Wenn du mehr willst, komm mit mir auf die Hände. Rücken mich lang und gestreckt. Hände unter der Schulter. Und wieder mit Gewichtsverlagerung. Vor, zurück. Vor, zurück. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal. Halten. Halten. Dein linkes Bein schlampft hoch. Tief Bein wechseln. Hoch, tief. Hoch, tief. Und jetzt schneller. Auch hier. Die Hüfte gerade zum Boden halten. Press da die Hände fest in den Boden, um mehr Kraft zu erzeugen. Wenn du deine beiden Hände spannst, komm mit an. Gleich kommt die Kombi. Kombi acht, schnelle. Acht, sieben, sechs, fünf. Schieb dich nach vorne. Zurück, zurück, vor, zurück. Dreimal noch die Kombi her. Vor, zurück, vor, zurück. Beine stampfen diesmal. Letztes Mal. Nach vorne, hinten, vor, zurück. Und halten. Halt, vier. Ich weiß, es ist schwer. Denk an dein Sixpack. Halt durch. Auch wenn du dich zittern andrängst. Halt durch. Komm auf die Ellenbogen. Und halten. Halt durch. Mit Gewichtsverlagerung. Schieb dich nach vorne. Nach hinten. Vor. Zurück. Als Option kannst du jederzeit auf die Knie. Letztes Mal. Halten. Halten. Bis das Lied aus ist. Kämpfen. Knie zum Boden. Nicht so schlecht. Komm nach oben. Wenn du magst, ein Licht, ein mittleres oder leichtes Gewicht. Oder wie gesagt, es geht auch ohne Gewicht. Ich nehme die Hand in die linke Hand. Beine, Beine weit öffnen. Wir beginnen mit dem Ellenbogen-Row. Tief. Ellenbogen zur Seite. Nach oben. Tief. Quick and slow. Schnell nach oben. Langsam tief. Letztes Mal. Letztes Mal. Zwölf. Schnelle. Zwölf. Elf. Verlage dein Gewicht. Komm Seite zu Seite. Spann deinen Po mit an. Dann trainierst du deinen Po-Muskeln. Noch vier. Dann der Woodshop mit beiden Armen. Zwei. Letztes Mal. Und jetzt beide Arme. Arme sind ausgestreckt. Ganze Zeit. Quick and slow. Schnell nach oben. Langsam tief. Bauch ist angespannt. Irgendwann. Letztes Mal. Du weißt, was kommt. Zwölf. Siegeln. Zwölf. Elf. Po anspannend. Dein Patrizis fest angespannt. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Lösen. Andere Seite. Woodshop. Are you ready? Quick and slow. Schnell nach oben. Langsam tief. Einmal noch. Einmal noch. Zwölf. Schnelle. Zwölf. Elf. Arm müssen. Ganz ausgestreckt. Die ganze Zeit. Sieben. Dann kommen wir zurück zum Elbenbogen. Row. Gack. Vier. Vier. Drei. Vier. Letztes Mal. Scheibe jetzt in eine Hand. Ellbogen zur Seite, nach oben tief. Dein Ellbogen so hoch zur Seite, wie du kannst. We get low. Schneller um, langsam tief. Zwölf, schnelle. Zwölf, elf, dein gegenüberliegende Arm ist ausgestreckt. Für mehr Stabilität. Noch vier, drei. Letztes Mal lösen. Hand in die Hüfte, Oberkörper, kippen, 45 Grad nach vorn. Rechtes Bein nach hinten, ich zeige dir die Bewegung. Und jetzt machst du mit. Hoch. Tief. Ellbogen nach hinten oben. Spann dein Po an. Single. Du trainierst deine Po-Muskeln. Deine Oberschelte. Und dein Bauch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Andere Seite. Oberkörper. Die ganze Zeit leicht gewollt. Die ganze Zeit leicht gewollt. Wenn du magst, machst du mit dem gleichen Gewicht weiter. Oder wenn du hast etwas schweres Gewicht oder auch gar kein Gewicht. Wir kommen zu Around the World. Und jetzt. Scheide. Oder Hände. Vorschlüsselbein. Oberkörper kippen nach vorne. Vierer Tag mit deinem rechten Bein. Und los geht's. Vier. Drei. Zwei. Eins. Etwas zur Seite. Etwas weiter zur Seite. Und jetzt ganz zur Seite. Bein Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zur Seite. Noch weiter zur Seite. Und ganz zur Seite. Zwei Rücken noch her. Vier mal vier plus Seite. Und ganz zur Seite. Wir machen einen Viertelkreis nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ganz zur Seite. Letzte Runde. Jedes Bein einmal. Standbein ist gebeugt. Die ganze Zeit. Bauch angespannt. Bein Wechsel. Po anspannend. Der Po fing jetzt schon drin an. Wenn nicht. Komm tiefer. Letztes Mal. Etwas Neues. Squats. Rechtes Bein heben. Squats. Andere Seite. Bein. Bein Squat. Bring die Knie bis auf 90 Grad. Don't stop. Du kannst so bleiben. Oder zwei Pulses. Und wenn du wachst mit Overhead Press. Press die Schweine. Über dein Körper. Über dein Kopf nach oben. Zurück zu Around the World. Oberkörper kickt nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Eins. Etwas zur Seite. Noch weiter zur Seite öffnen. Und jetzt ganz zur Seite. Bein Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Eins. Don't stop. Halt durch. Ellbogen hängen. Hebt die Brust. Ein Blick geradeaus. Bein Wechsel. Es brennt. Denk an deinem knackig Niveau. Bein Wechsel. Das ist die letzte Chance hier. Letztes Mal. Zurück zu den Squats. Bein Eben. Squat. Andere Seiten. Bein Squat. Hüfte ganz weit nach hinten und unten schieben. Als würdest du dich auf den Stuhl setzen wollen. Du kannst hier bleiben. Oder zwei Pläser. Bauch und Habe nach hinten. Und halten. Für den nächsten Track. Geht wirklich ohne Gewicht. Oder eine Scheibe. Was du magst. Leichteres Gewicht. Leg dich auf den Rücken. Cross-Troll. Crunch zur Seite. Seite. Mitte. Seite. Mitte. Schulter. Schulter zum gegenüberliebenden Kini. Bauch, Atem. Spannend. Kürze Zeit. Entweder bleibst du hier. Oder du streckst die Beine. Für mehr Intensität. Gleich kommt die Kombi. Drei schnelle. Und jetzt drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei mal schnell und kurz halten. Die Option. Auf. Zehnt haben wir auf den Boden. Das ist die Option. Wenn du es leichter brauchst. Komm nach oben. Zwei Kaufer. Dein unteres Knie ist angebeugt. Deine Marzen mit Gewicht. Hände in Hüfte. Knie und Ellenbogen zusammenbringen. Und auseinander strecken. Ran. Weg. Hüfte und Schulter gerade nach vorne halten. This is your time now. Jetzt fest. Jetzt durchhalten. Du hast fast geschafft. Dreierpuls. Drei, zwei, eins. Und wegstrecken. Nur deine Oberarm bewegt sich. Der Rest ist ganz fest. Auch angespannt. Weißt du ja. Letztes Mal. Lösen. Kannst du wegstrecken. Hüfte. Hüfte. Heben. Und senken. Hup. Tief. Wenn du mehr willst. Scherenbein. und die Pulsen. Gleich kommt der Wechsel. Halt durch. Halt durch. Auf und zu rennen. Ich weiß, wie geht's genau so. Lösen. Komm in den Hover. Hüfte. Vor, zurück. Andere Seite. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, Seite. Vor, zurück. Auch hier. Hüfte bleibt gerade zum Boden. Wenn du mehr willst, nimm den Jump dazu. Wenn dein Bein landet, spür wie deine Bauchmuskeln arbeiten. Wie du dir dein Bauchmuskel trainierst. Dein Blick nach unten zwischen deine Hände. Letztes Mal. Lösen. Komm auf den Rücken. Nimm wieder dein Gewicht. Crunch zur Seite. Seite, Mitte, Seite, Mitte. Du weißt, du kannst hier bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du mehr willst, streck die Beine. Unterrücken bleibt fest im Boden gepresst. Gleich kommen die Kombi. Drei schnelle, kurz halten. Du hörst deine Musik. Es wird runtergepresst. und dann gut halten. Auf zwei, drei, drei, zwei, eins. Also, die Füße auf dem Mond haben. Drei Mal schnell halten. Halt und komm wieder nach oben. Jetzt die andere Seite. Run. Unter das Knie ist gebeugt. Ellbogen und Knie zusammen und auseinander strecken. Run. Weg. Run. Weg. Zehntel gestreckt. Arme ausstrecken. Anziehen. Nur den oberen Arm. Freier Puls. Drei. Zwei. Eins. Weg. Die Bauchmuskeln brennen. Press deine Erinnerung fest im Boden für mehr Stabilität. noch zwei, der hier zwei nach. Letztes Mal. Scheine weg. Streck dein Arm zurwecken. Hüften. Heben. Und stecken. Tief. Wenn du magst, bleib hier oder komm mit mir in die Scissors und schneller, kleine Pulsen, bis es geht aus ist, hier halten. Das ist deine Zeit, wow. Eigentlich haben wir noch zwei Gehörungen. Nein, nur eins, das war zwar schon. Push-ups. Ach, Knien oder Zehen. Schon vorbei fast. Tief, tief, hoch, hoch. Deine Hände etwas weiter als Schulterbreit, Ellenbogen nach außen schieben. Brust bis Ellenbogen höher noch einmal. Halten, komm auf deinen Bauch, Handflächen vor die Stimme zusammen, Fersen zusammen. Viererpuls nach oben. Po anspannen. Vier, drei, zwei, eins. Halten. Und tief. Vier, drei, zwei, eins. Halten. Tief. Hint dein Blick. Hint die Brust. Po angespannt. Und dein Brück ist fest angespannt. Wo. Heinten. hin. Flugzeug, Arme zur Seite, ausstrecken, Beine nach hinten. Große Zehen zusammen, Beine und Füße bleiben auf dem Boden. Schulterblende zusammen. Vierer Puls. Vier, drei, zwei, eins. Blick zur Seite. Zurück zur Mitte. Vier, drei, zwei, eins. Andere Seite. Mitte. Denk rein. Brust heben. Kopf heben. Die Po bleibt angespannt, um die Wirbelsäule zu unterstützen. Letztes Mal. Halten. Arme nach hinten. Daumen zur Decke. Und Flatterkick. Kick mit deinen Füßen. Beide sind gestreckt. Die Po auch hier angespannt. Beide angespannt. Wenn du magst, nimm die Arme mit. Nach vorne. Und zurück. Nach vorne senk die Brust. Nach hinten heben. Einatmen. Ausatmen. Halten. Stütze mit den Händen ab. Schieb dich nach hinten. In die Kindspose. Mach dich ganz lang. Das war's schon. Es geht so schnell vorbei. Das war eine halbe Stunde sechs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht. Und ich hoffe, ihr spürt es dann alle morgen. Gut. Kurze Pause. Ich hoffe, ihr habt uns links bei mir dann richtig hier geblasen. Bis bald. Vielen Dank.